Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Trophy-Tipp mit Akrobatik, also 8 Sekunden lang ununterbrochener Wheelie fahren. Ihr seht, ich bin jetzt schon unterwegs. Das hier ist die Strecke in Rio Hondo und ist natürlich jetzt kurz vor Ende. Ihr könnt das natürlich jeder Mission machen und auch natürlich in jeder Strecke, die einigermaßen eine gute Gerade hat. Das hier ist übrigens Motor 2 Kategorie, also theoretisch würde auch noch eine nach oben weitergehen, also natürlich noch einfacher. Hier hat die Zielgerade und da beschleunige ich einfach mein Maximum und da sieht man jetzt natürlich, dass hier nichts groß passiert, also kein Wheelie und nichts. Also so einfach funktioniert das gar nicht, auch selbst mit dem Stick nach hinten drücken passiert da nichts. Deswegen war ich das gleich mal nochmal neu. Wenn ich dann wirklich hier in der letzten Zielgeraden bin und man sieht natürlich jetzt auch die Zielgerade im Gegensatz zu der Gerade von jetzt. Das ist die Zielgerade, ist ja hier hinten links, ja oben links in der Minimap angezeigt. Relativ schmal ist, das reicht aber dicke aus, selbst für Klasse 2 und ja, dann mal noch ein paar Kurven hier rumpösen und dann seht ihr es auch dann gleich wie man nach 8 Sekunden an Wheelie fährt. Vorteil ist natürlich, ja bei der Motor 2, dass die Bikes nicht ganz so instabil sind wie bei der MotoGP Klasse, wenn man das mit den Dingern da macht. Klar, die mehr Dampf drauf, etc. Piwapo, deswegen habe ich das eher in Motor 2 gemacht und nicht in Motor GP 1, in Anführungszeichen Klasse. Ja, also jetzt genug gelabert, jetzt hier die letzte Kurve und dann gleich ab durchs Ziel und dann sieht man das auch, also ich gehe gut in die Bremse. Dann natürlich Vollspeed auf Gas, linker Stick nach hinten drücken und das war es dann auch schon. Wichtig dabei ist echt, man muss hier fast ganz runterbremsen in Richtung G0, sage ich jetzt mal mehr oder weniger und dann einfach nur voll aufs Gas und dann geht die Sache und wie man sieht, Akrobatik freigeschalten. Ich hoffe, das hat euch einigermaßen was gebracht, wie gesagt, Strecke ist Rio Hondo gewesen und ja, ich wünsche euch was, haut rein, ciao und Servus.